Hallo und Willkommen zurück hier bei Silent Hill Downpool. Wir sind letztens stehen geblieben, ja eher runtergefallen mit diesem Bus hier. Und wir müssen jetzt mal schauen wo wir sind. Ups. Fällt gleich ein Baum auf uns. Schauen wir erstmal wo wir sind. Hallo. Hallo, genau. Kann jemand hören? Ja, ui. Anscheinend hat niemand, Entschuldigung, anscheinend hat niemand, ähm, nee, ich dachte schon der hat überlebt. Nein, er hat nicht überlebt. Okay. Wir haben jetzt eine Taschenlampe, die können wir an und aus machen oder an unserem Gürtel befestigen. Zu kalt. Okay. Zu kalt und zu schwimmen. Dann schauen wir mal weiter, wo wir gelandet sind. Also... Nee. I can't even see the other side. Okay. Dann müssen wir halt weiter schauen. Oh, ein umgestützter... Ja, wollen wir da rüber? Ja, müssen wir ja wohl, ne? Okay, ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Das ist verrückt. Ja... 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 Ganz langsam. Ja... Ja... Okay. Betten wir, der Baumstumpf fällt jetzt runter? Ja, lustig. Das ist so typisch. Ja, dann gehen wir einfach mal weiter. Oh, eine Sequenz. Oh, ich hasse diese Sora. Oh, ich weiß gar nicht. Das war... Das ist so. Halt den Mund, ey. Haha. Oh. Hm. Was tun wir? Ja, komm, helfen wir ihr. Wir wollen ein gutes Ende. Hm, da will man schon mal jemandem helfen und dann passiert sowas. Super. Naja, aber der Gedanke zählt ja, ich wollte ihr helfen, ne? Ach, naja. Gut, dann klettern wir jetzt hier erstmal hoch. Hm. Oh, sind wir wieder auf der Straße? Anscheinend. Finde einen Weg aus dem Gebiet heraus. Ja, erstmal müssen wir schauen, wo wir sind hier. Das ist die Tankstelle. Okay. Was haben wir hier? Aha, eine Karte. So, dann schauen wir doch mal. Zoomen wir. Ja, wir können eigentlich nur nach links weg oder nach rechts weg, ne? Na gut. Das Radio können wir an- und ausschalten. Schalten wir mal aus. Das ist eh nur Geräusche. Hm, ein Schraubenschlüssel. Okay, okay. Dann. Öffnen. Okay. Okay. Wunderbar. Hm. Da ist ein Rabe. Will ich den jetzt abwerfen, oder was? Fügt der eh weg. Also, was soll's. Gut, klettern wir mal hier hoch. Okay. Ein Rollstuhl. Und was ganz wichtig ist, das ist Walkie Talkie. Damit können wir, wenn wir es eingeschaltet haben, können wir hören, wenn uns Gefahr nähert. Also, jetzt jemand, der uns umbringen will, wenn wir das anhaben, dann sendet das so Störfrequenzen aus, wenn sich uns jemand nähert. Hm? Na sicher. Der Rückweg ist blockiert. Gut. Oder nicht? Gut, dann schauen wir erstmal. Okay. Folgen wir einfach mal diesen, ja, was für Spuren, da wir gerade so einen Rollstuhl gefunden haben. Nämlich mal, dass waren so Rollstuhlspuren. Äh, Spuren. Oh, da liegt was. Geld. Wunderbar. Spielmünzen. Okay. Ja. Was hast du denn da aufgehoben jetzt am Stock? Okay, dann nimm den Stock weiter mit. Rates Fahrschein. So, woher ist die Maschine? Ah, der war wohl da, ne? Okay. Gucken wir mal. Ach, das ist so ne, äh, Seilbahn, ja. Geht die bestimmt nicht. Doch, die funktioniert. Ja gut, aber ohne Fahrschein können wir da bestimmt nicht mitfahren, oder? Ne, schauen wir mal. Ähm. Das ist was für Spuren. Das ist was für Spuren. Spielmünzen. Ne, geht nicht. Wir brauchen, ähm, wir müssen diese Maschine finden. Okay, dann gehen wir einfach wieder raus. Die ganzen Rahmen hier. Schauen wir uns erstmal weiter um. So. Hm. Ist alles hier. Oh, da ist. Ah, ein Diner ist da. So wie das von hier aus aussieht. Und da ist ein Haus noch. Okay. Oh, eine Sequence. Schauen wir mal. Wow. Look at that. An old 52. Flathead V8. No doubt about it. Wicked old beast, ain't she? What? I said she's a wicked old beast. Me, I'm partial to something with a little less rust. But to each his own. Look. I don't want any trouble. Just point the way out of town and I'll keep right on going. Now who said anything about trouble? Just trying to be helpful, son. Name's Howard, by the way. Murphy. Heading to prison, are you Murphy? Just looking for a way out of town is all. That's so. Afraid all the roads are out. Every last one of them. Strangest thing. What the... Something wrong, son? Did you see it? Up there in the window. Hmm? Never mind. I suppose if you're really desperate, you could try the old Sky Tramp. Cause it hasn't really been kept up since the accident. I'll take my chances. That's the spirit. Well, this mail ain't gonna deliver itself. Good luck, Murphy. Hope you find whatever it is you're looking for. Hey. What's the name of this place? Und weg ist er. Wechsel deine Kleidung. Alles klar. Ja, das ist ja ein sehr merkwürdiger Typ gewesen. Ja, stimmt. Die, ähm... Every goddamn road in this town washed out. Das ist ne berechtigte Frage. Ja gut, deswegen ist auch noch an zu regnen. Oh, jetzt ist jetzt wirklich an zu regnen hier. Ja, komm, Murphy. Schauen wir uns mal um, ob wir hier neue Kleidung für dich finden. Erstmal. Hm. Ist ja irgendwie mit dem scheiß Stock hier. Du kannst nichts tun, was du schon getan hast. Aber du kannst ihn aufzunehmen. Mhm. Okay. Was auch immer das zu bedeuten hat. Ich hab mir Kopf hängen ziemlich hart in der Krasch. Du hörst doch schon Stimmen jetzt, Murphy. Das ist nicht so gut. Hier können wir bestimmt rein. Ja, es reicht. Komm, wir gehen. Ups. Ja. Etwas dunkel. Für meinen Geschmack. Hallo? Willst du hier hören? Ja. Bestimmt. Mal schauen wir uns erstmal um. Ah, diner. Okay, wir sind jetzt im diner. Da ist die Küche, Zimmer, blablabla. Büro. Alles klar. Okay, dann schauen wir uns einfach mal um. Nehmen alles mit, was wir mitnehmen können. Das ist ja immer recht wichtig in Silent Hill. Können wir das mitnehmen oder nur als Waffe benutzen? Ähm, kack, wir haben auch noch kein Ketchup. So. Ja, erstmal genau umgucken. Hier liegt ein Zettel. Die früheren Bewohner des Devils Pets. Wusstet ihr schon, dass in Silent Hill früher amerikanische Ohrenwohner lebten? Anthropologen wissen, dass durch die vielen Artefakte... Äh, ist irgendwas Interessantes drauf, einige dieser Relikte? Zum Gottheiten... Was? Queckswack... Ihr könnt es ja pausieren, wenn ihr euch das durchlesen möchtet. Aber wir gehen jetzt weiter, damit wir mal ein bisschen was für ein Gameplay schaffen. So. Kasse. Ja? Geld für uns? Komm. Ja, was ist das? Geld. Wunderbar. Ja, dann gehen wir erstmal weiter, würde ich sagen. Hier ist die Küche. Ne, warte mal, wir waren hier noch nicht. Also gehen wir erstmal hier her, genau. Oh, eine Toilette. Ne, wir wollen die nicht benutzen. Ähm... Oh, ein Medikit. Schauen wir mal. Ja, Verbandskasten. Sehr gut. Noch eine Toilette. Nein, wir wollen die auch nicht benutzen. Ach, Murphy. Geht auch raus. So. Gehen wir einfach in die Küche mal ein bisschen. Was haben wir denn hier? Es riecht nach Gas. Oh, hier strömt Gas aus. Wir drehen das mal schon mal zu. Natürlich. Ähm... Feuer. Feuer, ja. Feuer! Zack, drücken wir mal den Knopf. Oh, die, äh... Sprenklermaschine funktioniert mal. Was ist hier los? Wo sind wir jetzt? Was passiert hier? Oh je, oh je. Ganz ruhig bleiben, Murphy. Aber ich glaube, ich könnte in dieser Situation auch nicht ruhig bleiben. Wo sind wir denn jetzt hier? Oh je, oh je. Oh. Hier ist ein Bild. Das können wir drehen. Oh, was kommt denn da runter? Äh, wir wollen es gar nicht wissen. Wir gehen schnell in die Tür, die aufgegangen ist. Oh nein. Was ist das denn? Ja, schnell. Ja. Was zum Teufel? Ich will nicht nach hinten schauen. Was ist mit dem Gang hier los? Hedernisse im Weg. Ja, hier hast du das. Okay, hier hast du noch was. So, hier hast du das. So. Ja, das ist zu. Wunderbar. Das ist auch zu. Dann gehen wir hier durch. Oh Gott. Lass uns in Ruhe. Lass uns in Ruhe. Hier. Haben wir gerade noch so abgehängt. Schnell weg. Wir gehen weiter. Oh. Oh nein. Ah, der Bus. Boah. Boah. Ja, das ist eine berechtigte Frage, Murphy. Und hier hören wir jetzt Musik. So, ihr netten Menschen. Ich mache hier einen kleinen... Ja, wir wollen jetzt nicht die Musiker. Ich mache hier einen kleinen Cut und dann sehen wir uns gleich in Part 3 wieder. Wo auch immer wir jetzt hier sind. Und es bleibt auf jeden Fall spannend. Bis gleich. Bis dann und ciao. Wo auch immer. Untertitelung. BR 2018